Hallo und dann herzlich willkommen auf meinem Kanal, hier ist der Maximus und begrüßt euch zum Eurotrack Simulator 2 und heute werde ich um 20 Uhr streamen und zwar live auf Twitch und ja, wenn ihr es noch nicht gefunden habt, unten in der Videobeschreibung findet ihr den Link zu meinem Twitch-Kanal da könnt ihr mitentscheiden, welche Tour ich fahren werde und im Vorfeld wurde gesagt, ich soll den MAN LKW nehmen und deswegen habe ich den Euro 6 MAN ausgewählt aber ihr habt jetzt noch die Möglichkeit, die erste Tour auszuwählen und zwar gehe ich dann einfach mal auf die Tour, die ich mir da so ausgesucht habe wir nehmen natürlich Berlin, weil das ist der Startpunkt zum einen hätte ich eine Tour, ja, Kartoffeln nach Nürnberg ist die zweite und die erste Tour das wäre natürlich Bremen, irgendwelches Natrium, Gedüls, ja also entweder ihr schreibt Hashtag 1 oder Hashtag 2 für Nürnberg und Hashtag 1 ist natürlich Bremen so, das soll jetzt auch erstmal gewesen sein mit der kurzen Info ihr wisst, 20 Uhr geht's los und ja, ich freue mich auf euch und mit den Worten, macht der Maximus einen Fisch, haut rein, bis zum nächsten Video und wir sehen uns natürlich bei Twitch, haut rein, bye bye hehehehe, das geht auch noch besser bis zum nächsten Video bis zum nächsten Video bis zum nächsten Video Untertitelung des ZDF, 2020